nein ich wollte mal den ton machen zu drei mal nochmal drei zwei ich dachte das macht man nur beim fernsehen das machst du gerade bei tonaufnahmen damit beim nächsten ton sinkt das niveau damit herzlich willkommen zur quarantäne folge für nüsse off the road pandemie pandemie also ein weltweiter virus ausbruch nennt sich pandemie darf man nicht mit sodomie verwechseln wie es im saarland oft der fall ist ja wo sind die meisten fälle surprise in deutschland in auch der bevölkerungs dichtesten ecke oder wäre das nicht berlin nein ist doch der ganze robot da die ganze ecke das ist doch am meisten dicht auf dicht ist da doch was ich heute gehört habe ich nehme eine feile weil ich mir meinen nagel abfallen muss was ich heute gehört habe jetzt hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem karneval ist nur kalk okay es fühlt sich auch so ein bisschen pekig an aber gut ist nur ich habe gerade so ein altes glas also wenn man das ist frisch abgewaschen das stand halt die ganze zeit am waschbecken wenn man bei so richtig richtig wenn man mein großvater mal zu besuch ist der halt die ganze zeit nur zu hause rum man bringt immer wieder irgendwie so frisch war sowas wie obst nein 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 ist gut ich beschreibst du das habe ich ihm persönlich getroffen ich sage ich sage doch nicht dass du der alte mann bist es gibt auch andere ältere männer geht ja wirklich in die küche ich wollte einen hier beschreiben wenn man dann bei älteren männern ist und dann mal wieder obst also wenn man mal wieder bei älteren männern nein wenn mein großvater ist und er gibt jetzt wie oft dirk von älteren männern nach hause eingeladen philipp hat mir erzählt dass er irgendwo gewohnt hat und er hat so ein älterer typ da irgendwie seine sachen geschleppt und er hat ihm geholfen und dann meinte auch super und bleib mal hier ich bringe noch ein glas sekt und philipp so höh und dann hat er irgendwie seine tür aufgemacht das war so ein raum nur mit irgendwie so schwulen porno plakaten in der box hagen aber du hast die geschichte auch gehört ja ja fand ich voll gut so ich glaube es war entweder die wohnung der box hagen oder die davor vielen dank fritz hat mir jetzt ein anderes glas gegeben glücklicherweise halt den alten kellner trick nicht unten gegriffen sondern da wo die lippen berühren da waren die finger absolut lächerlich absolut lächerlich und oben den kaltrang hat er noch mal abgeleckt das aussieht als ob er ganz frisch ist so werden auch diese zuckerränder gemacht bei fritz so macht man auch die duschkabine sauber du wie ist das wasser in wittenberge super den kannst du also hart oder weich weich weiche weicher weicher okay also aber berlin ist ja schon ja das ist schon ordentlich ja also also wenn du dichtung hast brauchst einfach nur wasser drauf träufeln warten und noch mal gegen treten dann bricht die dichtung und dann bröselt sie weg aber ist gut wenn du essig verschüttet hast kannst du das schön mit leitungswasser binden ja also deswegen habe ich auch relativ schnell also bei der letzten wohnung habe ich mir dann irgendwie erst mal diesen duschkopf diesen klassischen duschkopf wenn du da halt oben diese diese silikon nippel hast die ja immer gerne gekauft werden weil günstig und geiler strahl und sowas und die kannst ja nach einem halben jahr wenn die ausgetrocknet sind kannst du mit der hand so ab abreiben dass sie alle so weg bröseln ist so ein bisschen ja also kunststoff parmesan der dann so runter kommt und dann habe ich gesagt nur noch entweder so düsen voll kunststoff oder metall das sind so ganz ganz billige dinge die ich auch schon irgendwo in spanien in irgendwelchen billig hotels mal gesehen habe diese gibt es überall im baumarkt und die sind super weil da wo es was herauskommt ist einfach nur so eine metallplatte mit ein paar löchern eigentlich die einfachste und beste idee ja wie so ein klassisches italienisches nudelsieb ja genau ja ja damit ich kann ja sagen ich bin tatsächlich von corona betroffen ja also nicht dass ich hätte aber nächste woche hätte ich zwei theatervorstellungen gehabt drei drei sogar die auswahlen ja aber es ist halt schon ein bisschen ich bin von corona vielleicht betroffen weil ich heute mit dem regioexpress gefahren bin der war am anfang total leer und dann ab berlin als es ja irgendwie spannender oder was die erste halte stelle wenn du aus der rechnung kommt ja und da steigen dann immer mehr bei hauptbahnhof friedrichstraße der ganze zog ist rappelvoll und das das gefühl dieses meiden sie menschenmengen gibt es halt einfach gar nicht mehr weil das halt als pendler sind und die haben halt einfach keine möglichkeit irgendwas anders zu machen also klar gehen die dann vielleicht nicht zum fußballspiel weil fußball halt dann ausfällt jetzt war doch das erste ghost game ja wer hat er gespielt mönchengladbach gegen dortmund oder so was oder ja kann sein das lustige war dass vor dem stadion habe ich bei tagesschau gesehen dass dann hunderte fans versammelt haben und die haben halt so laut krawall gemacht dass die spieler im stadion ihre fans hören konnten was super geil war ja und dann kamen die fans dann kamen die spieler danach aus um sich bei den fans zu bedanken und sie haben alle gedacht danach nein so war das nicht gedacht so war das nicht gedacht jürgen klopp ist ja trainer bei liverpool gerade ja und da siehst du die spieler oder oder wo ist er fragt dortmund ja da in dortmund klopp ist trainer von dortmund da immer immer deswegen scheint die sonne aus aufgrund seiner zähne da gehen die spieler aus der kabine und die fans greifen halt immer so runter und er rief halt so hoch auf den grünen take your fucking hands away you idiots letzte woche einer pressekonferenz meinte er auch so warum stellt ihr mir die frage was habe ich denn dazu zu sagen ich bin fußballtrainer was für die frage im koronavirus ob er jetzt angst hat wegen seiner mannschaft und corona und er meinte hört doch auf mir die warum stellt die medien die fragen die ganze zeit versucht er hat leute aus der öffentlichkeit dazu bekommen etwas cleveres zu sagen kann ich euch nicht sagen ich bin fußballtrainer fragt auch leute die sich damit auskennen ja hört auf eure scheiß und auch die stars sollten aufhören ihre scheiß meinungen zu verbreiten was ich sehr intelligent fand ich weiß nicht welche seite das war habe ich gesehen weil merkel jetzt ja in der ansprache gehalten hat die hat sich also klassisch immer zurückgehalten wie immer ich wollte gerade sagen ich dachte ach die wäre seit monaten im urlaub überrascht mich dass sie noch im land ist seit 16 jahren im urlaub und da hat sie doch gesagt von wegen ja wir wir orientieren uns nach den wissenschaftlern und werden handeln was die wissenschaftler sagen das hätten sie mal bei den klimanotstanden genau das genau das war der post dass sie gesagt haben super idee frau merkel und seit wann wissen wir den klimawandel bla 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 und die ganzen klimascheiß und was wir halt machen müssen und die ganzen co2 richtlinien die deutschland halt alle grandios halt immer überschreitet pervers hoch überschreitet in europa und da ist dann mal wissenschaft pimmelschaft ja aber das gute ist es zeigt hat echt regierungen und bürgerinnen und bürger auch aus eigeninitiative können wirklich dinge bewegen wenn sie wollen ja also bei lidl heute nudeln und klopapier aus also ach das war vorhin kein scherz das war kein scherz also weil wir vorher immer scherze gemacht haben es war nicht komplett leer das nudelregal auch beim klopapier gab es noch was aber es war schon deutlich leerer da waren nur noch so ein paar packungen so dass du schon also das aber was ganz krass da war war reis also die scheinen beim beim reis dirk hat gerade so ein tätatät mit dem mikrofon ich will mich anlehnen weil ich das erste mal auf so einem sofa sitze dann schiebe ich dir mal das das ist doch super laptop ein bisschen in deine richtung aber das kabel ist schon auf spannung was das hängt doch das liegt auf dem boden das hängt durch weil ich den laptop wie du vielleicht siehst in der armlänge verschoben habe reis haben sie dafür jetzt in masse gekauft also neben dem reis der im regal steht stehen noch so aufsteller manns hoch voll mit reis und nudeln sind also lidl hat reis eingekauft aber der der kunde hat nudeln gekauft ja ich glaube wahrscheinlich war der reis in den letzten tagen mal knapp so dass sie gedacht haben okay dann bauen sie hat extra viel reis auf und nudeln sind halt jetzt also wirklich da ist relativ viel leer beim nur egal also du kannst noch welche bekommen und genauso genauso kannst du noch klopapier bekommen ja aber es ist deutlich leerer geworden also ich habe nur leute mit vier lage ich aus dem laden gehen sehen ich habe ja eine theorie und zwar dass das nudeln und klopapier mittlerweile so ein selbstläufer sind weil die medien immer so stark über diesen wahnsinn berichten das hamsterkäufer besonders das kaufen und dann ist halt immer nudeln klopapier nudeln klopapier und dann gehst du in den laden und irgendeine oma sagt ich weiß nicht warum aber ich brauche nur ein klopapier ich muss das ja kaufen ja das diese die suggerieren diese der brown genau und also in der tag auf tagesschau de stand es heute auch dass dann auch leute also auch wenn du normalen laden gehst und das natürlich hatte ich das auch weil ich gedacht habe hole ich vielleicht doch einfach nochmal klopapier eine packung ich denkst jetzt auch nee aber es ist halt das ist halt wenn du halt also in der klar irgendwann bist du halt an dem punkt wo du denkst na bevor dann keins mehr da ist hol ich lieber also bevor du dann halt irgendwie auf der letzten rolle sitzt zu hause aber aber ich frage mich wieso also selbst in härtes betroffenen gebieten sowie ganz italien ist abgeriegelt haben gesagt alle geschäfte sind geschlossen bis auf supermärkte also bis auf die zufuhr von klopapier nudeln ist alles gesperrt die leute kaufen das bei rewe meinten sie auch also es war heute in diesem tagesschau artikel die können weil alles was zu einer kasse eingescannt wird wird in echtzeit an die zentrale übertragen das heißt ja das wusste ich nicht also das ist dass sie es in echtzeit machen ja also es halt immer diese stand die wissen genau welcher laden welcher laden wie viel hat welcher laden wie viel braucht die man auch es ist alles kein problem es ist alles auch eine ausreichende stückzahl da die belastung für die logistik ist nicht besonders groß die haben nur probleme damit es zu den läden zu bringen und da wieder aufzufüllen also da muss ich keine sorgen machen dass es ausgeht ja das ist halt aber auch halt einfach dass diese 60 prozent anstieg bei den bei den einzelhändlern sowas also beim supermarkt das ist so wahnsinn und was ich gesehen habe in april jetzt in wittenberge also kein scherz das nächstgelegene supermarkt ding was bei mir ist es netto früher bin ich da nie hingegangen beziehungsweise wir waren einmal bei der neueröffnung von diesem netto hier unterwältigend ja genau es ist halt so eine mischung aus ich finde irgendwie so aldi und edeka weil es hat so bereiche du denkst okay hier haben sie versucht schön zu machen und produkte die dir echt sonst nur irgendwie bei edeka und hohen läden und dann halt wo denkst was soll der scheiß es hat halt so ein bisschen was von aldi produkte zu edeka preisen ja nee du hast ja produkte die es halt wirklich nicht im discounter gibt also was dann halt irgendwie von dieser anika säfte oder sowas antioxidantien plus eisen plus irgendwas was da halt nur in edeka läden sowas und dann haben die halt das und daneben hast du dann halt einfach alte super billige haarmilch und schweinefleisch sechs mehr reduziert und günstiger als hundeaugen oder so hundeaugen na was ich eigentlich sagen wollte ich war halt da drin ich war dann knapp so halb zwölf war ich drin und ich kam nicht wirklich weit ich kam so fünf meter weit weil erst mal wittenberge ich glaube 70 prozent über 60 oder so also eine eine senioren ansammlung da und jeder hatte einen einzelnen wagen und bei netto ist es noch so dass es nur diese super wägen gibt es gibt mich diese kleinen stimmt das war ich weiß dass er früher auch in dem netto als der alte noch da war ja der neue öffnung auch immer ein problem durch den gang zu kommen da und was halt diese monster war als ob du halt plötzlich hier wie heißt der große wochen einkauf ja real naja walmart nein wurde halt immer nur so eine so eine händler karte brauchst das da rein kann metro metro genau also eine metro einkaufs wägen hast du dann da und im ein also im eingangsbereich ist dann halt einfach obst gemüse alles und dann irgendwie gerade links halt irgendwas was gerade im angebot ist und diese ganzen wägen war so eine panzer panzer metall ich kam da halt nicht durch weil die wirklich alle standen und der grund war kartoffeln in wittenberge beziehungsweise in der prägen ist ist für die senioren was was halt die medien sagen kauft nudeln und klopapier ist für die kartoffeln und klopapier und dann haben die alten leute nicht halt diese wie ja klausemann ist ins kabel reingekommen ans kabel gesagt wenn du funktionierende kopfhörer hättest du willst du sollst hören nein nein ich habe gesagt ins kabel egal was ich sagen wollte die alten leute kaufen kartoffeln und nicht diese ein kilo säcke die wir halt dann bei lidl hatten diese ich bin single was halt auch ganz viele senioren mittlerweile sind gezwungenermaßen weil ein teil weggestorben ist oder so sondern die kaufen das in den klassischen gelben plastiknetzen fünf kilo kartoffeln und die haben sich da geklopft fast wer ist dann halt kopfüber in diese riesen kartons gestiegen und hat sich da diese kartoffeln gezogen wurde so eine andere frau fünf kilo ja genau diese großen säcke das kriegst du doch zu hause nicht weg also naja kriegst du halt 15.000 rollen klopapier weg weiß ich nicht ja naja früher oder später aber ich meine die kartoffeln bist du da so bei zweieinhalb kilo bist als single kannst du die anderen einpflanzen ich weiß aber ich glaube das sind also das sind auch alles menschen die definitiv den krieg nicht als kleinkind miterlebt haben würde ich sagen doch also als also quatsch als als kleinkind ja als ja maximal waren die zehn oder sowas also deswegen ich glaube und dass das das hat mich an meine oma erinnert sie hat immer gesagt weil die auf der flucht war und wenn die halt dann irgendwie über felder und dann bei bauern irgendwas geklaut oder bekommen haben eine kartoffel in der hand zu halten kartoffeln hat immer leben bedeutet immer von wegen wenn du kartoffeln hast du überlebst den tag in der kartoffel bei einer hand voll nudeln oder keine ahnung das gab es ja halt nicht und knuspern oder irgendwas aber eine kartoffel das war halt immer sicher und da habe ich auch gedacht dass das ist glaube ich der grund warum die sich diese kartoffeln ohne ende reinschloppt und dann wie wichtig angezickt irgendwie meinte dann so eine oma hat einen anderen herrn nur auf der schulter berührt man ach sind keine mehr drin weil der fasst in diesen riesen kartons diese kartons die bis ich sag mal halt unterhalb brust von uns halt irgendwie hochgehen und der war da richtig tief drin das sind meine kartoffeln und sie hat nur von ich wollte nur fragen ob noch welche im karton sind das sind meine kartoffeln wurde dann echt die kommunikation sofort auffüllen hat er sie nicht verstanden hat er gerade super angst sowas und dann meinte sie ja okay und geht halt weg und er leute gibt es leute gibt es und ich stand halt irgendwie in diesem kreisverkehr von diesem panzer metallwagen in der mitte und konnte in keine richtung und sah halt nur dieses schauspiel ja aber da hörst du auch so geile gespräche wie acht mit dem corona was die mir erzählen ich sag mal so opfer corona kriegen oder grippe überleben werden was nicht ja haben sie recht gutes argument habe ich halt auch gesagt es ist gar nicht so ja es ist die mein lieblings das ist das ganze corona ist nur eine ablenkungstheorie der linken das ist und meine leute die leute ja wenn das weltweit passt zu xavier naidu land abgeriegelt ist wer sagt denn familie hochschild xavier naidu hast du mitbekommen oder was ne habe ich jetzt bei deutschland sucht den superstar aus der jury geflogen unter anderem weil er also unter anderem das war jetzt auslöser um ehrlich zu sagen man hätte es eigentlich schon längst mal machen müssen obwohl es auf rtl passt das zu den zuschauern er hat den intendanten von rtl als dummes judenschwein beschrieben ne xavier naidu rappte irgendwas mit sinngemäß wir können nicht noch mehr flüchtlinge aufnehmen wenn so viele wenn hier jeden tag ein flüchtling einen deutschen umbringt was ja was ist mit dem passiert der war schon immer ein knallkopf also der ist halt aber der hatte diese theorie dass er zu lange in seinen omnibus in seinem komischen camper war durch deutschland gefahren ist und halt permanent gekifft hat aber es gibt halt so viele gute kiffer liegt ja nicht am kiffen aber der ist so empfänglich was du rauchst wie viel psychopharm wie viel psychotische stoffe da drin sind rattengift wahrscheinlich ja ich aber aber der hat es auch einfach der hat aluhüte geraucht so wie der klingt und ist xavier naidu nicht selber halt irgendwie ausländische herkunft das ist auch so ein bisschen oder heißt der horst mackenschmidt und das ist sein künstlername ist auch so ein bisschen sache aber ist ja ich meine also es gibt ja es gibt ja es gibt ja arabisch aus oder nicht ja ich weiß auch nicht wo er eigentlich aber vielleicht vielleicht will er sich auch einfach halt so zugehörig fühlen zu der gruppe vielleicht ist das einfach der die ursache einfach unbedingt so deutscher als deutsch sein zu wollen naja auf jeden fall kalt kofer hat irgendwann post dazu geschrieben da wird er sicherlich auch auf instagram sein also solche sachen weiß ich nicht weil die ziemlich so war so sehr runter das ist auch der knaller vor allem er rappt es halt so auch in dem typischen xavier wenn in diesem land jeden tag ein gast dem gastgeber ein leben nimmt das weiß man ja harbert grönemeyer nein aber ich aber das ist ja ja das ist der ganze sache ist der ein einbruch einbruchsversuch ich höre doch die schritte von fordner pro player nummer eins was stimmt ihr spielt ja beide fordner aber wie ist das also du hast doch bei fordner schon mehr kinder umgebracht als corona deutschland oder ich hatte neulich hatte ich in der einen partie 16 kills was das beste ist ja immer dass ich mit dem ganzen thema nichts zu tun habe und er mir immer ganz stolz irgendwelche screenshots schickt und ich sehe dann halt immer nur dass halt ganz viele kinder getötet aber von 100 leuten auf der karte habe ich 16 umgenietet das finde ich schon beachtlich wie alt die sind hast du dann immer so oder sollte da steht das alte ich kann es ich kann es immer nur abschätzen je nachdem wie gut sie bauen können also wenn jemand gut bauen kann ist ein kind ja echt kein erwachsener baut irgendwas in diesem spiel okay das ist manchmal die bauen dann bringst du sie um du bringst immer bei tätigkeiten um oder oder erwische sie bauen ist halt wirklich super schwierig nochmal wenn du auf die schießt dann baut jemand sich plötzlich so ein turm dann stehst du ja toll eine schöne wurst ist halt super schwierig die also auf offenem feld habe ich immer eine gute chance oder in einem häuser kampf da stellen die sich ein jäger der sich freut weil er ein reh erschossen hat gestern hatte ich eine partie wo einer es gibt so kisten die aus der luft abgeworfen werden da sind immer gutes das ist immer gutes zeug drin und ich wollte alles wie pubg ja ja genau aber halt ein bisschen bunter und schneller und dann wollte ich habe mal so pro pubg leute gesehen da kriegst du ja auch eine markt ja aber es ist die partie ist schneller die die bewegung schneller ja also die bewegung schneller du rennst du kannst bei fortnight die ganze zeit rennen was du bei pubg nicht kannst weil der konditionell das nicht genau also ein bisschen realistisch ist puppy pubg im vergleich zu ja aber es reicht in großen anführungszeichen aber ja weil weniger flackerei passiert flackerei naja also schnell ist ja wechseldings so wie ja 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 naja und der ich wollte gerade zu der kiste hin habe ich schritte gehört und dachte ich ach ich chill hier immer ganz kurz und dann ist jemand anders zu der kiste gerannt habe ich den schön mit einem sniper gewehr abgeräumt während er nichts an die kiste geöffnet hat sich freut dieses gesicht das ist immer das beste wenn die dich gar nicht sehen und du ein sniper gewehr dabei hast das klingt so ein bisschen halt auch wie wie hießen das wo sie damals immer gesagt haben die ganzen kinder das habe ich ja damals mit was waren das 19 oder was gespielt oder 16 ich weiß nicht das war diese geile geschichte ich glaube timo wird sich daran erinnern weil die schon tausend mal erzählt wurde bei cerny das war von einem meinem besten freund der bruder das war sein spitzname und der hatte halt irgendwie einer der wenig im freundeskreis die halt schon eine eigene wohnung hatte und dann war ich halt bei dem und habe dann halt am rechner mit ihm dann halt counterstrike gespielt und er hat dann halt gerade zwei tiefgepitzel gemacht und dann hat der klassiker genau und dann hat er die dann halt irgendwie holen wollen und meinte vorher so ja ich habe keine teller dann gibt mir einfach die pappe und pack die auf die pappe und dann habe ich gesagt alle die pappe habe ich zerrissen und der guckt mich halt an und sitzt am rechner und daddelt gerade und macht so also greift einfach ohne zu gucken nach rechts und ja nimm die und dann gucke ich zu ihm runter und dann war halt sieben oder acht von diesen wie heißt das ein tanz von lobe oder wie irritiert ofen stein stein egal irgendein der bedingung und da habe ich gedacht krass und der hat halt echt diesen diesen klassiker der mann war schon damals auf corona vorbereitet ja also er hatte tk pizzen ohne ende und eistee für sich eistee der von aldi ich glaube das war der beste ne der ja 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 du wurdest selber großgezogen damit ja natürlich aber deshalb trinkt du stell dir vor du würdest du jetzt trinken also das ist so wie cola ich trinke glaube ich so einmal im halben jahr eine cola also nur cola aber dann muss das halt auch irgendwie eiskalt sein also so wie es draufsteht dann geht es aber wenn ich jetzt einfach mal so sagen aus dem kühlschrank so nee sondern du brauchst halt 27 eiswürfel dass du halt eigentlich halb wasser halb also nicht viel schmeckst ja beziehungsweise überraschen du musst halt diesen diesen zuckergehalt so runterkühlen weil sonst merkst du ja ab zimmertemperatur ist dann schon wo denkst wo sehr geil simon und ich hatten letztens halt irgendwie fanta cola gekauft damit wir selber spät sie machen können die meister köche sind wieder unterwegs ich glaube es lag daran dass nichts anderes vorrätig war weil kartoffeln und spezi oder kartoffeln und spezi hat ausverkauft war jedenfalls hat hatten wir dann auch so eine mischung die dann keiner mehr getrunken hat die stand dann so über nacht und dann morgens habe ich dann halt haben wir dann halt irgendwie uns hingesetzt und frühstück blablabla und ich habe diesen becher angeguckt und simone guckt mir und sagt nein trinkt das nicht das ist eklig hat schon meinen blick so gesehen und da hat sich irgendwas anderes gemacht und ich dachte aber vielleicht ist das doch gut und habe dann morgens beim frühstück diesen becher genommen und guckte mich an ich habe das schluck genommen und ich habe mich richtig geschämt habe richtig die hände ins gesicht gelegt so ein bisschen wie ein hund das auf dem boden gefallen ist nein nein und da hat sich ja hast du das gedruckt und ist nicht gut und das war richtig ich wusste gar nicht dass es so schnell geht weil ich sonst immer das gefühl habe wenn ich irgendwas mit kohlensäure hinstelle das ist nächsten tag noch mit kohlensäure so die klassische abwischschorle dass du halt das gefühl hast da prickelt es noch und das war echt handwarm und und einfach nur zucker und keine kohlensäure und das gefühl also als ob ein kind zu hause sagt ich bastel mal sowas ich bastel mal eine spezi aber nicht mit den zutaten sondern die mache ich selber ich nehme alten brausepulver ich bin noch irgendwie so ein cola eis genau ich nehme auch halt irgendwie noch anderes pulver oder genau diese fake kalipofits reste oder sowas und dann rühre ich das an farbtechnisch mache ich auch noch was und dann das ist dann und so hat es geschmeckt ja soll ich mal die frage an 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 ja wir haben nicht mehr so viel zeit aber bitte deswegen dachte ich nur mal ist auch eine ganz ist auch eine ganz einfache frage und vielleicht auch durch diesen auferlegten hauserrest quasi in italien kam ich darauf was wäre wenn fünnüsse mit dirk und klaus pflicht wäre in deutschland zu hören zu hören ja 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 da müssten sich einige ganz schön durchquellen durch den back catalogue ich habe mich gefragt ob wir das dann anders nutzen würden müssen wir das auch hören nein also wir hören es ja in dem moment in dem produzieren die sache wenn wir zwei kopfhörer haben jetzt auch nicht in jeder folge vorkommt hast du mal in die royal folge reingehört nur beim abmischen wo ich versucht habe das besser aus dem ton zu machen ich gerade sagen die ist noch viel krasser als die im südlichen garten das ist so laut das ist halt am anfang nicht so krass ist und dann irgendwann nichts ich kriege einen kopfschmerz ist ja wahnsinn ja ich habe nur reingehört in dem moment weil das ist halt so geil weil ich vergesse zu reden und du konntest in dem moment ja nicht sagen als du aufgestanden bist weil halt eckbärte angefasst das habe ich das habe ich nicht mehr gefunden das habe ich nämlich auch gesucht weil ich mal gucken wollte wie das klingt das ist halt echt ganz lustig weil du einfach nur man hört im hintergrund der eckbärte und dann hört man nur so ein stuhl rücken so was und dann gehst du hause und ja und dann ich sage auch nichts man hört mich dann glaube ich noch schmatzen weil ich ja meine pomme ich habe das ja wie ein film genossen habe die pommes weiter gegessen dann hast du hingeht und irgendwann sage ich oh ach ja das habe ich ganz vergessen also was gerade passiert ist und erklärt dann kurz was passiert ist jetzt dass wir so ein ringsprecher machen sollen eigentlich wollte ich die also das lustige das hat sich ja gesteigert der kam ja an und von wegen hier prost jungs ja prost muss sagen auf dein wohl oder irgendwie sowas und das habe ich halt nicht gefunden und dann kam er noch mal an meinte habt ihr zigarette nee ja müsste ja auch ja aber hier pass mal auf das kommt noch oder irgendetwas hat er ja gesagt und da haben wir auch nicht gesagt und sonst hat sich ja so immer gesteigert und wir haben mal sind nicht darauf eingegangen beziehungsweise bei uns kam nichts und dann hat er bei eckbert glaube ich relativ schnell bei eckbert am anfang schon das gefühl gegeben hat hey bitte hier nicht irgendwas anfassen und das fand er halt dann lustig ja dann fasse ich da ist ja auch direkt daneben eckbert hat sich ja ein barhocker direkt neben den gesetzt ja 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 genau also was wäre denn wenn das pflicht wäre würden wir das ein bisschen anders nutzen würden wir auf jeden fall auf aufpassen was wir so sagen ich glaube wir plaudern relativ oft irgendwelche interner von castings aus also schon auch abgewandelt naja wissen die leute wer wir sind und als unsere identität geschützt naja so wie wir es bis jetzt treiben also das sollten wir vielleicht noch ein bisschen ein bisschen anziehen und nicht ständig sagen in welcher straße zu welcher uhrzeit mit welchem namen am klingel schild wir uns gerade befinden wir nehmen es ja oft raus also wir haben zeitweise genau oft gestoppt haben wir selber und irgendwann habe ich es durch zufall halt auch mal beim beim hochladen gemerkt oder was also als du deine pinnummer und deine bankdaten ins mikrofon gesagt hast genau ich glaube halt einfach straße und hausnummer haben wir dann echt oft gesagt aber ja genau also wir haben es ein paar mal rausgenommen aber ich möchte nicht wissen wie oft es noch drin ist stimmt ja das kann auch obwohl ich echt beziehungsweise simone hört ja alle folgen aber nee die pennt oft dabei ein ja also jetzt müssen wir uns hat zehn minuten lang zusammenreißen aber nee also ich glaube dass das wäre halt so eine so eine sache wo wir uns schön ins eigene bein schießen können was einige was einige sachen angeht auch was unsere offenheit für so schlechte drehs und so angeht ich glaube ja das war halt ich habe ja immer gedacht also ich meine ich wurde ja aus meiner agentur gekickt ja ich habe aber schon ich hatte ja schon als ich bei gzsz war hatte ich schon das gefühl das darf ich doch sagen oder das jetzt war ja so jetzt ist ja noch nicht pflicht was ist noch nicht pflicht den podcast zu hören aber aber genau genau das ist die was ist denn jetzt schlimm ja aber als ich bei gzsz war da habe ich ja schon das gefühl ist ne ich meine da war schon weil der ganze prozess dahin war ja ein bisschen ich sage mal schwierig und da habe ich ja schon gedacht ja vielleicht muss das ja nicht mehr so sein dass wir zusammen dass sie mich vertritt und da habe aber ich brauche ja für alles immer super lange habe nur nur mit gehadert mit diesen gedanken so und dann kam sie irgendwann nicht auf mich zu hat mir mehr geschrieben hier das das passt nicht mehr so und dann habe ich halt irgendwann gedacht ich habe nicht nur wie hier beim beim podcast sondern halt auch echt vielen werbedrehs oder so oder beziehungsweise wenn ich dann auch mal so auf empfangen ging und zum beispiel hier das doch irgendwie ein mädel über uns im semester gewesen die dann eine casterin geworden ist wollen wir einen namen nennen nein deswegen wollte ich ja nur dass du weißt wenn ich mein ja du meinst stabile kilometer so nicht schlecht nicht schlecht ich stampfe mit den fäusten aufs sofa ich balle halt ich liege hier ich fletze richtig ich glaube jetzt sollte man reinkommen dass der typ der ist bestimmt irgendwie schon wieder betrunken so ein bisschen die haltung von dem mann der gerade in lap dance bestellt hat zum ersten mal in seinem leben und sich schon ein bisschen eingepullert hat das liegt daran dass ich halt heute das zweite mal beim kraft magar war und heute war halt echt die ganze zeit nur box training und das ist tatsächlich israelischer trainer oder aus instructor und der liebt es halt die leute richtig zum kotzen zu bringen so und er meinte halt dann auch hat er heute auch gesagt er hat die gleichen trainings art dann früher als instructor durchmachen müssen in israel und dann als aber keine ahnung bei vierten runde free fight nur boxen mit einem anderen partner war und der instruktor gefragt hat könnt ihr noch und gesagt nee ist jetzt geht es leider gar nicht mehr gute nachricht und alarm aufguckt wenn es mir scheißegal ding 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 so dass das ist ein mann nach meinem geschmack und das war halt dann auch so am anfang am ende everybody you're powerful your conditions up no 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 okay okay listen i have a solution i give a fuck ding 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 super und dann ist es dann halt auch passiert ich habe dann halt einen richtig guten schlag auf dem sonderplexus gekriegt und mehrere auf dem hinterkopf deswegen wenn ich jetzt anfänglich beziehungsweise die ganze zeit dussel scheiß rede also mehr dussel scheiß als ich glaube dussel scheiß habe ich noch nicht genutzt das wort dann könnte es daran liegen dass ich eine ziemlich heiße birne habe mit der rechten faust nicht mehr richtig der hand machen kann die hände zittern und ich das gefühl habe meine schulterpartie ich hatte gar nicht mehr so in erinnerung box train ist ja so eine schulter grütze und das und ich bin im kraft maga nicht gut im boxen weil ich immer sagen würde wenn was passiert er meint auch das sind nicht kraft maga regeln sondern klassisches box regeln weil wir auch mundschutz und handschuhe hatten und du gehst nicht raus und du blockst halt klassisch zu was ich dann irgendwann das gefühl hat ist ein gartentor was 100 jahre alt ist und einfach nur aufschwingt wenn ihr mit dem finger gegen kommt ich habe immer also der mein gegner musste noch gerade durchschieben und ich konnte echt gefühlt ich drücke zu und dabei habe ich nur die augen geschlossen oder so habe so die dinge aber in den augenlider halten auch einiges ab ja und das war halt einfach so mörder anstrengend aber halt auch wie eine gute erfahrung das heißt auch wenn man so ein bisschen im training ist also sportlich so konditionell laufen fange ich auch wieder an so dass du merkst ist alles dünnpfiff wenn du dich einfach nur mal anstellt und es fing schon an am anfang warm machen hat er gesagt so pärchen eins von beiden nimmt halt schlagpolster unter anderem nur fäuste egal was vielleicht eine ellbogen offene hand etc aber nur mit der arme zwei minuten und bitte und dann bist du noch zwei minuten und dann wechsel und dann wechsel wenn du die pratze oder das schlagpolster schlagpolster hältst dann merkst du schon es ist gerade zwei minuten um und ich bin tot so ich bin jetzt schon kaputt und das darum ging es auch du bist die ganze zeit immer so kurz vor scheiße so das war halt die ganze zeit so ein ding und immer wenn er was erklärt hat dann hat er gemerkt so von wegen ich mache es jetzt kurz weil ihr versucht jetzt super schnell luft zu atmen und irgendwie dass sie jetzt pause zu nutzen und ich will euch nur sagen was das nächste kommt denn ihr sollt die ganze zeit diese hohe level an an erschöpfung halten und das hat er hingekriegt es war echt gut ja also zum schluss sah auch lustig aus weil meine haare komplett auf links waren und alles total wild das halt rum gegangen ist hat er richtig kaputt gemacht ihr looking good you're looking really good really fucked ich bin auch überrascht letzte woche als ich klettern war bouldern ist ja normalerweise eine kurze angelegenheit also ohne bouldern aber sie meinen sex oder ein penis oder beides empfänglich für alles dumme jetzt gerade wollen wir noch bitcoins verkaufen oh gott hör mir auf der ist genauso abgestürzt wie der aktienmarkt stelle vor wir hätten über 10.000 verkauft und würden jetzt einfach uns einfach wieder reinkaufen selbst meine sicheren anleihen sind gerutscht noch und nice es klingt immer alles nach fdp wenn wir so reden ja richtig eklig dabei wollen wir halt einfach nur mitsprechen ich unterbreche ja wir wollen fdp fdp klientel werden ohne fdp zu wählen das beste beider welten ja reich und gewissen was bernie sanders der ist das was der millionären will sich selber aber natürlich ist er sicher der macht der bürgermeister war er in den siebzigern aber das süße ist auch wenn du aufnahmen aus den siebzigern hast und er mit kindern redet dann ist es schon komplett der alte verwirrte mann also sich verwirrt aber der alte mann von wegen so you like ice cream it's not good for your teeth und geht halt weg it's not good but under my legislation we're going to tax the ice cream companies so kann gar nicht mit kindern umgeben und irgendwie generell stehen aber trotzdem so die ganzen wenns auf wien ja naja aber es wird ja offensichtlich nicht reichen wenn es so weiter geht aber wie heißt der andere noch mal der joe biden joe biden seine aggression für die so geil wir letztens halt irgendwelche stahlarbeitern gleich gesagt habe ich slap your face this fucking liar wir halt die ganze zeit so auf aggro gegangen ist dachte ich alter du bist auch so einer ganz ganz heikle im fahrt aber ich meine die beiden sind halt keine große konkurrenz für trump oder also es wird sander ist schon aber sander sander schafft halt leute zu erreichen die sonst vielleicht wirklich nicht wählen gehen würden aber die sache ist ja allein durch diese durch was du mir erklärt dass durch die durch die neuen grenzpositionen um halt diese wahlmänner da das ist halt alles aufgebaut für die republikaner ja die haben es ja auch alles so inszeniert also auf ewigkeit gesichert ja und und die sitzen ja in allen bereichen so und dann ist doch die sache also selbst im obersten bundesgerichtshof das ist ja auch das ist ja auch genau die amerikaner halten das ja für üblich dass in einem rechtsstaat der präsident die richter für das verfassungsgericht ist benennt also das was ja natürlich skurril ist niemand ist über dem gesetz außer der präsident ja du musst dir mal vorstellen in deutschland wurde angela merkel den verfassungsgerichtshof besetzen ja mit leuten die sie kennt ja also ich habe es ich habe es mal gelesen weil es mich interessiert oder wie es in deutschland ist sie ist auch so ein bisschen involviert aber es ist halt alles so komplett wirr und sie muss das irgendwie unterschreiben und gutheißen eigentlich gehen die richter halt so vom gericht zu gericht die instanzen durch bis sie irgendwann im verfassungsgericht setzen wenn sie hat das als karriere richter machen wollen ja also halt fucking absurd also deswegen die müssen vor allem das halt nur eigentlich kommt es ja nur auf ein paar staaten an die immer auf der kippe stehen ja der rest ist ja vollkommen egal der rest ist entweder ganz klar demokraten oder ganz klar republikaner aber diese kipps staaten sind doch trotzdem von den grenzen so gebaut dass die demokraten halt um ein vielfaches mehr gewinnen müssen und das ganze ist hat das ganze system ist ja auch so die wählen an einem dienstag du bekommst ja den arbeitstag nicht ersetzt in den usa du kannst den tag nicht frei nehmen das ist kein feiertag das heißt die zeit in der du wählen gehst ist halt zeit in der du kein geld verdienst das heißt als arbeiter kannst du es dir eventuell einfach auch gar nicht leisten wählen zu gehen und das ist ja nicht wie in deutschland wo du zur wahlkabine gehst zwei minuten wartest wenn überhaupt und dann wählen gehst und leute stehen da teilweise zehn stunden lang an aber ich meine das prinzip der demokratie haben wir doch so ein bisschen von den amerikanern übernommen und ja 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 aber es ist schon lange her ja ich meine aber warum ist es denn so ist es denn so undemokratisch mittlerweile entwickelt ich meine ja weil alle anderen länder daran gearbeitet haben nur die amerikaner nicht weil die auch jedes jahr sagen von wegen wann war das letzte mal dass ein volk also wo das ganze wo die zahlen die faktischen zahlen halt für den präsidenten waren das ist ja schon ewig das war obama ja aber ich meine das jetzt ach so okay das war es war obama aber bush war es auch nicht ja also die letzten republikanischen präsidenten jeweils hatten weniger wähle als die demokratischen gegenkandidaten die verloren hatten ja bush sogar zweimal wenn ich mich jetzt nicht ganz täuscht aber ich glaube er hat gegen kerry und gegen el gore verloren in dem der im popular wird el gore war doch dann so so ein umwelt aktivist danach ja später genau ja also ist er jetzt immer noch ja ja also war echt vollkommen absurd auch dieses am dienstag wählen ist halt ein system aus dem 18 jahrhundert weil du gesagt hast am sonntag wählen die dörfer und kommunen die geben die ergebnisse einem wahlmann und der fährt dann am montag zu den postkutsche ja zu den abstimmungen ist halt am dienstag da also der hat ja mal einen reisetag eingeplant und seitdem ist es an einem dienstag und es gibt kein land in dem zeit entweder nicht an einem sonntag ist oder an einem oder der wahltag ein feiertag ist ein öffentlicher das halt jeder zur wahl gehen kann aber gesagt auch dieses themen wie kann es denn sein dass du am wahllokal stundenlang anstehst das kann doch so ja aber die usa haben was dreieinhalb mal so viele einwohner wie deutschland das ist jetzt nicht so spektakulär dass du sagst das kann man nicht organisieren ja wahnsinn ja aber um das noch zu beenden was ich vor ungefähr 20 min angefangen hatte bevor wir über die usa gegangen sind sagt bauldern normalerweise recht schnell und that's what she said aber die haben halt eine traverse im ostblock also eine strecke die du horizontal kletterst und die geht halt über die ganze wand oben das sind halt so 30 meter vielleicht und ich hing halt drei minuten dran und da war ungefähr drei viertel geschafft damit ich runter gefallen weil es einfach nicht mehr ging richtig wie wie so eine so ein käfer von der wand nee nein das das nicht aber ich war dann halt so wo ich dachte so ich kann nicht mehr und dann in der ferne sah ein griff sehr gut aus und ich dachte ich muss da jetzt irgendwie hin ja also ich konnte nicht ich hatte nicht mehr die die spannung in den händen dass ich sagen konnte ich kann mich jetzt langsam darauf vorbereiten den nächsten guten griff zu nehmen das war halt so jetzt entweder nehme ich den jetzt oder gar nicht und das ist halt total lustig weil du wirklich du kletterst halt so auf also deine füße sind so zwischen 50 zentimeter über dem boden und zwei meter über dem boden das hat wirklich nicht hoch der teil der der halle aber drei minuten die ganze zeit so mit zwei fingern in irgendeinen griff und irgendwas einklemmen so ein alter bowling griff in der wand ja ja mehr oder weniger ja ja aber unsere meine frage also wir werden auf jeden fall influencer für den sportlichen lebenswandel so oft wie wir darüber reden wenn wir wenn es gleich ist wie mit nudeln und klopapier wie oft für den leuten irgendeinen flow ins ohr setzen ja ich meine meine frage meinst du wir würden dann also sozusagen von die dirk jetzt können wir richtig was reißen das mal diese politischen themen oder keine ahnung oder wir bewerben unsere eigenen produkte wie unser diät pulver so aus den fingernägel ich mir hier abfeile während der folgen ich wollte gerade sagen da ist da ist ordentlich was drin also und da hat er ja der hatte ja der hatte ja unten hatte er schon eine stelle also der war unten schon nicht mehr verbunden mein fingernagel mein daumen fingernagel ach stimmt und dann habe ich angefangen den von unten abzufallen und jetzt ist oben ist halt noch ein bisschen sehr dünne und ein bisschen brüchig aber ansonsten fand das dortmund eklig fingernagel die darf meinen daumen nicht sehen wir sind streng religiös du hast du hast keine handschuhe du hast so fingerkuppen aufsätze so daumenfiguren so wie man es als kinder hatte so so monster die man sich über die finger stülpt du hattest monster die du dir die du so aus diesem zehn pfennig automaten gezogen hast so diese kaugummi automaten da gab es halt auch so so fingerpuppen die du dir halt auf die finger gestülpt hast ja okay bei mir war es ein bisschen später also bei mir war es noch diese total chemischen glibber hände ja die waren auch drin oder die waren super für den ersten wurf bevor du alles vom boden damit aufgesammelt hast oder einfach mal in die fusselige dreckige hosentasche gesteckt hast du ja gott war das eine reude dann oder und wie hießen diese dinger die du an die scheibe geschmissen hast beziehungsweise da gab es auch einfach nur so eine bälle ja komischen glibber bälle konnte irgendwo gegenwerfen die ganz langsam wurde also nickelodeon gag war so das markenprodukt davon und das gab es dann halt auch das war auch das war so fünf minuten war das richtig geil hast du auch mal versucht so ein kaugummi automat zu knacken nicht so mit dem feuerzeug drangehalten dachte ich könnte den aufschmelzen aufschmelzen feuerzeug ich auch nicht mein unkraut vernichter könnten wir nehmen den scheiß habe ich haben wir die mittel dazu das ding ist bestimmt schon das ist jetzt schon zweimal mit mir umgezogen und hat nie verwendung und sonst habe ich alles schön weggeschmissen und verkauft und das ding jedes mal denkt warum habe ich das so noch jetzt hast du am balkon zwei balkons wenn da unkraut ist wen ruft ihr da muscle man muscle man ja also wir sind voll beim thema ja wir würden keine ich habe ich habe die befürchtung oder was die befürchtung ich hatte jedenfalls die verhaftet werden für die verbrechen die wir hier schon zugegeben haben was für verbrechen märz und maischberger lassen uns umnähten nicht maischberger märz und sparen nee nee dann wie heißt denn dieser affe mit dem gelüfteten gesicht und den cum ex geschäften ach der hautkrebs patient ja jetzt haben sie ja das lustige ist ich habe letztens bei war ich das loberatende ja info gehört das ding ist jetzt ja im verfahren aber es kommt zu keinem aktuellen verfahren vor gericht warum weil die zu wenig leute haben diese tonnen an daten auszurechnen wo sie gesagt haben war es nicht so dass die fünf haben irgendwann zeitweise mal fünf finanzbeamte und dann haben die halt das verglichen mit sanktionen beim arbeitsamt du kriegst ja du kriegst ja bei jedem scheiß wenn du was nicht angegeben hast und eingenommen hast kriegst du sanktionen und diese ganzen prozedere wo sich tausende mitarbeiter für es arbeitsamt halt darum kümmern diese prozedere sind teurer quatsch sind 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 weniger ein einnehmen als die fachkräfte die das bearbeiten also die ganzen sanktions bearbeitung kosten dem staat im jahr mehrere millionen euro weil das totaler schiss ist das zu bearbeiten darüber also bei die haben gesagt die müssten ab 100 euro sagen hier jetzt kriegt der stress aber die machen ab 15 euro im prozess und und da haben sie gesagt das sind millionen nachteile sagt dem ja aber wir wollen den bürger noch erziehen genauso wie hier müll trennen das machen wir auch der erziehung wegen nicht weil es effektiv ist das können die maschine ja besser aber wir haben hier so ein also so ein schwachsinn und dann haben gesagt dafür haben die tausende mitarbeiter aber für diesen für diesen prozess da haben gesagt ja der phäne ist phäne ist die manpower wir haben halt die leute nicht wie die können nicht einstellen irgendwas das ist das millionen ja es ist ein ganz schönes politikum und da sind auch manche mit heißen fingern die wollen da nicht rein und so also das klingt ganz komisch ja klar ja aber ich meine wenn halt leute wie und merz ist ja in der einen oder anderen art und weise involviert ja auch ich meine er hat ja wirklich bei dem unternehmen die massiv an den geschäften beteiligt waren ist er vorher eingestiegen und galt damals als steuerexperte der cdu also wenn er damit der maschmeyer ohne popelbremse ja also wenn er damit nicht mindestens verdächtig ist dass er denen halt mal den ein oder anderen tipp gegeben hat wo es lücken gibt die man geschickt ausnutzen kann aber ich finde das so wahnsinn dass sie sagen ja das wird jetzt halt auch zur anklage kommen aber der prozess ist halt einfach stehen geblieben weil uns fehlen die haben auch gesagt die leuten von denen sie sprechen sind so um die 15 angestellte dann hätten sie dann wäre das ein ratzfatz also bitte also das wahnsinn dass sie gesagt haben ja aber es passiert ist können aber genau zahl du mal irgendwas zwei tage zu spät ans finanzamt ja ja mach das mal dann wird dir aber schön der hoden angezündet oder ich der 150 euro drogen bekommen hat weil er die adresse nicht angegeben hat von dem eu-ding was ich das meine ich doch mal ich du musst du wenn du einen arbeitgeber in eu hast ja musst du eine zusammenfassende meldung mit abschicken wo du eigentlich nur angibst was deren steuernummer ist genau und wo deren wohnsatz oder firmenadresse ist ja gut das muss ja auf jeder rechnung machen ja aber du musst das in der zusammenfassenden meldung das ist ein separates formular mit deiner umsatzsteuervoranmeldung angeben okay also wenn du keinen steuerberater hast genau aber wenn du die umsatzsteuervoranmeldung machst und du gibst an da gibt es halt ein feld wo es heißt ja sie wurden von einem anderen eu-land bezahlt entsprechend ohne umsatzsteuer dann wirst du nicht weitergeleitet und es gibt keine meldung so und übrigens das formular müssen sie doch ausführen oder beziehungsweise eigentlich könnte sicher wenn du es als normale app oder website designt hast weil es diese zusammenfassende meldung ist nur relevant wenn du dieses feld ausfüllst normalerweise würde halt wenn du was in das feld eintrags einträgst würde sich hat sofort ein fenster öffnen ja aber das ist auch wie bei jedem pimmelscheiß ja und du trägst dann nicht irgendwie ganz krasse daten ein sondern deren umsatzsteuer id und deren adresse ja also das ist halt total trivial aber ja weil das hat alles noch so designt ist wie die papierformulare das vor 50 jahren waren ja ich hatte ja auch diesen fall dass ich den letzten werbedreh den ich hatte das sollte ja über die über den kunden laufen und der kunde ist in deutschland also ganz normale rechnung dann heißt es jetzt letztens von der werbeagentur also die auch die den den film produziert hat wir haben gedacht dass es viel leichter wenn das ganze über unseren head of office in london läuft und leichter heißt also günstiger für die ja also irgendwie muss das ja sein habe ich gedacht das ist viel leichter wenn das über unseren briefkasten in den cayman islands läuft und dann habe ich gesagt das ist eigentlich ein drittland und weil die ja nicht mehr in der u sind dann habe ich meinen steuerberater gefragt und der hat gesagt nee dieses jahr wird offiziell großbritannien noch als eu land berechnet also wenn du rechnung schreibst ist es halt als wenn du einen europäischen ausland in der rechne stellst dann habe ich gesagt ja okay brauche ich aber trotzdem um der steuer die und ja genau und dann habe ich den geschrieben das ist nicht leichter also nicht für mich weil jetzt ja die umsatzsteuer die beantragen das dauert dann gesagt ja mach mal ja genau mach mal binnen zehn tagen die rechnung ich bin demnächst auch im urlaub also generell die umsatzsteuer die zu kriegen das glaube ich in zehn tagen optimistisch geschätzt und dann kommt ja noch dazu dass mein steuerberater gesagt von wegen sie haben jetzt neuen wohnsitz das heißt sie haben ein neues zuständiges finanzamt die ganzen daten werden halt auch weiter geschickt bzw gibt es tatsächlich da noch pass postalische unterlagen die geschickt werden und da meinte das dauert auch noch zeit und was man auch nicht vergessen darf jetzt auch in den behörden corona darf also es dauert auch dadurch ich glaube auch ehrlich gesagt die umsatzsteuer die bekommst du nicht von deinem finanzamt sondern vom bundeszentralamt für steuern also er hat gesagt dass es mir jetzt zuständige finanzamt es kann sein dass du es da anmelden muss aber ich glaube zugeschickt bekommst du die vom bundeszentralamt das kann natürlich sein das heißt du betragst bei deinem finanzamt die schicken das an ein anderes finanzamt die schicken es dir ja das geht ja in der regel beziehungsweise schicken es meinem steuerberater der es mir schickt das sollte easy innerhalb von zehn tagen erledigt sein und dann hat er mir gestern abend geschickt wissen sie was schreiben sie einfach für die rechnung und reichen sie steuer die umsatzsteuer die nach und dann habe ich sie das geht das das können wir so machen weil der ganze rechnungsaufwand sonst was ist ja das ist ja keine veränderung und sie haben ja von mir die absicherung und das ist halt in dem fall jetzt auch kein problem und dann habe ich gedacht eigentlich sollte das nicht gehen ich weil eigentlich musst du du bist in der pflicht wenn du einen auftraggeber im ausland hast deren umsatzsteuer in deutschland zu prüfen ob die tatsächlich umsatzsteuerpflichtig sind im ausland und das kannst du hier in einem formular machen online weil du halt natürlich ärger bekommst wenn du keine umsatzsteuer zahlst dafür oder keine umsatzsteuer drauf schreibst auf deine rechnung deswegen dafür keine umsatzsteuer draufschreiben beim europäischen ausland ja ja genau aber du weißt ja nicht ob die umsatzsteuerpflicht sind in ihrem land und das musst du hier prüfen was ja aber dann geht es ja so die können mich nicht prüfen meinst du weil ich keine umsatzsteuer die haben weil ich ja ich habe ja die wie ist das die wet number oder was ja vat value-added tax ja ja gut ich meine aber die haben ja schon in der mail reingeschrieben ich soll halt mit diesen paragraf 26 habe keine ahnung ja ja was auch immer es ist aber ja also eigentlich musst du es halt prüfen und in deinen unterlagen aufbewahren ja gut aber aber auch mit umsatzsteuer die hast du deinen arbeitgeber also dein hast du deinen auftraggeber geprüft ja wir mussten das die haben uns das extra mitgeschickt wo wir das machen müssen und dass wir es auch bewahren sollen okay ich habe es ich habe es zwar tatsächlich ich habe es erst danach gemacht ja ich habe es gemacht als das also als das bundeszentralamt für steuer mich halt geschrieben hat wegen dieser zusammenfassenden nennen dachte ich auch scheiße also ich sollte besser alles parat haben falls irgendwas ist aber die haben die nun haben die eine mahnung angedroht oder eine strafe oder hast du tatsächlich droht okay die meinung macht den scheiß jetzt innerhalb von sieben tagen sonst sind wir gezwungen strafe in höhe von 150 euro 150 ja dafür dass du drei zeilen nicht ausfüllst auf die ich keinen schwanz hinweist 150 das sind ja sechs mal behinderten parkplätze zu parken ja das ja aber da aber das ist ja was ist das für eine relation ja nichts aber das ist eine pauschale summe deswegen ist ja wahrscheinlich egal ob du halt eine rechner stellst über 500 euro oder über 50 millionen und bei 50 millionen ist ja dann auch wieder dass man sagt prozentual ist das eine strafe wo sagt wissen was ich reich das mal nicht ja aber da müssen wir 150 euro zahlen ja wollen sie meinen finger auch noch kurz an riechen gut einreichen muss das früher oder später ja weil es irgendwann eine straftat ist okay aber ja trotzdem also ich meine das ist halt so typische deutsche behörden logik wieso denn jeder deutsch hat zu jedem zeitpunkt 20.000 euro auf dem konto das ist auch gleich eine straftat ist kein ordnungswidrigkeit oder was weil falsch parken ist ja auch nur eine ordnungswidrigkeit wird ja mal da ist eine straftat nee ist es nicht krass alter was bei steuern ist gleich immer voll alarm aber die sind auch alle so die werden auch in der ausbildung so gebürstet oder die sind dann schon so von wenn wenn ihr dann fehler sind wenn da was blinkt wenn das rot ist dann ruft mich weil ich meistens hatte ja recht kulante leute da aber ja wir sind voll eingegangen aufs thema auf die frage ich habe gedacht guck mal zum beispiel könntest du auch deinen gesang du bist ein unheimlicher sänger also wenn ich jetzt zum beispiel an dawson's creek denke eigentlich hast du das ist nicht so was was ist denn los also wieso wie so ein zickiges ehepaar nee mach ich nicht du lässt immer den senf offen immer den senf offen ich mach das nicht mehr ich mache ich will auch nicht mehr ich kann auch nicht mehr hat gerade so eine richtung geschaut ich hatte vorher einen senf das war ich dachte ich kurz wirklich habe ich den senf offen gelassen ich war das zum monat einkaufen und sie meint ja hier wollen wir noch senf holen ist ja hier das das hier das ist hier schön glas kein kein plastik mögen können und das geile ist das ist das hat sich seit den 80er nicht geändert es gibt immer noch was ich gar nicht wusste weil ich das gesehen habe es gibt immer noch diese ganz normalen klassischen senf gläser mit irgendwelchen comic motiven drauf du kennst das doch als kind ja 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 und das gibt es immer noch also ich habe jetzt glaube ich findet nemo 3 als senf glas also sofern es überhaupt den finger das war halt irgendwie so eine clowns fische draus deswegen habe ich gesagt findet nemo wahrscheinlich aber das ist das geil das gibt es immer noch aber das prinzip ist ja super einfach dass du sagst von wegen du kannst das halt als verpackung plastik da oder du kannst halt auch ein glas machen ich wusste bis ich teenager war nicht dass man aus gläsern trinken kann die keine senf gläser waren im früheren leben ja ich habe weil ich die einfach schneller gefunden habe zu hause ganz viele leere ich glaube honig gläser sowas und das sind glaube ich seit den letzten wochen letzten monaten nicht aber letzten wochen das meine sind mein trinkgläser zu hause honig gläser und das geile ist die sind halt so groß und bauchig wie so scotch gläser eines sein und ich habe da zu hause eigentlich immer noch scotch draus getrunken weil ich dachte die von der größe sind ja auch geil das geile ist halt aber auch du hast immer einen deckel das heißt du trinkst raus machen zu und kommst irgendwie gegen das können wir uns für die feuerzeigenbohle merken ich finde wir sollten alle so coffee to go becher haben pappe nein so mehr weg coffee to go becher okay dass der dass das getränke warm bleibt ach so eine thermos dinge ja alter wie gut ist das weil wir sind nach dem zweiten kleinen schon immer total hacke das heißt du willst nicht nur dass wir irgendwie uns dumm verletzen sondern wir verbrühen uns auch alle wir wachen morgens auf und der eine hat keine ahnung sylt groß verbrannt auf dem bauch oder so das würde mich nicht überraschen wenn wir einfach uns selber zusammen löten über der flamme glaubst wann ist wann ist der genau neunter fünfte angeblich achter fünfter dachte ich ja so fängt dann ich hatte aber das das geile ist dass sich philipp voll aufgeregt hat dass das nicht stattfindet an dem ursprünglich dritten vierten oder sowas und da kam halt dieses sangerhausen dinge dazwischen da konnte ich ja nichts ich weiß gar nicht was der oscar konnte da sowieso genau und das geile ist dass wir das ja dann festgemacht haben ich habe gesagt jetzt haben wir jetzt haben wir einen tag juhu bla bla und dann war es ja dann als es dann hieß von wegen wie was da kannst du doch gar nicht und dann genau da habe ich geschrieben ey leute ich kann leider nicht und dann kam ja oscar ja wieso ich habe doch gesagt ich kann nur am 27 da habe ich gedacht jetzt mit glück ist da philipp draußen gewesen wobei ich auch nicht weiß ob der südafrikanische patient da jetzt doch kann wie so patient naja wegen seiner wade ach stimmt was war da ein anderes durchriss durch ich glaube ja ich habe ihn jetzt seitdem nicht gesehen hat mir ein bild geschickt sieht sieht schön was siehst du denn das doch wahrscheinlich fuß verstaucht also angeschwollen und über den ganzen und das ganze farbspektrum über das ganze bein ja also wir würden unsere zusammengefasst wir würden wahrscheinlich aus faulheit unsere macht nicht ausnutzen sondern den gleichen scheiß erzählen wir jetzt auch erzählen ja und daraus würden rechtliche schritte gegen uns dann eingestellt ja allein wie oft wir über irgendwelche finanz dinge quatschen das würde also eigentlich also die hoffnung dass diese zwei drei zuhörer die draußen sind auch immer nur zwei drei bleiben an übler nachrede geleistet haben jetzt stell dir vor jetzt stell dir vor merz wird kanzler ach scheiße so öffentliche personenheit ankacken ja ja auch wir reden ja auch immer so wie wie man in der kneipe redet das ist einfach nur ach du scheiße aber würde das nicht ich habe glaube ich irgendwann mal zum beispiel bei bei youtube reingeschrieben als man so beschreiben soll was ist habe ich irgendwie satirische ja bla 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 also fällt ist man das safe weil viele ja ich habe gesagt satire ich kann alle beleidigen allerdings ja haben wir gelernt ich glaube ich glaube ich glaube im satire maß sind wir noch also erkennt man das als satire oder sieht ja unsere gesichter nicht ja mensch was hast du denn auf lager bei dir ich merke ja dass die frage ich habe einen gegen kiefer gekriegt habe ich vorhin beim kauen gemerkt was ich glück lager habe bei mir ja weil ich habe so das gefühl dass meine frage nicht zieht deswegen gehe ich jetzt wieder zurück auf dein corona sind ja auch bei einer stunde jetzt also gesagt wenn irgendein unternehmen sich an uns wenden würde wir wären natürlich die hammer influencer wenn alle den podcast hören müssen ja stimmt kann ich sagen wir haben potenzielle 80 millionen zuhörer in der dachregion wahrscheinlich das mal das heißt wir würden den gleichen scheiß machen wir immer machen aber dann heißt es am anfang mal diese folge wird gesponsert von rührmilch diese folge von twenus wird gesponsert von klopapier ich kann einfach nicht genug davon bekommen klopapier ich habe schon ein bisschen was davon genascht das macht so einen trockenen mund dass da da gibt es ja halt auch die ganzen gags jetzt was 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 soll man denn aus nudeln klopapier machen beziehungsweise ist denn nicht irgendwie das essen wichtiger als das ja aber wenn du kiloweise nudeln kaufst ehrlich dann ist klopapier gar nicht so abwegig ich bin total froh dass ich mein happy pro habe und bin total raus aus der nummer bd ja ja also wenn sie das wasser abstellen dann haben wir alle ein problem und nicht nur happy pro technisch aber vorher da lache ich doch drüber meine frage jetzt gibt es ja diesen typen der der halt irgendwie diese 20.000 zwei millionen was sind wir sind gerade bei einer stunde was soll ich jetzt aufhören sollte ich dezent andeuten mit einem ob acht er macht einen halben schweige fuchs was aus dem nichts er hat noch nie mir den zeigefinger gezeigt 140 folgen jetzt zeigt ihm den zeigefinger und ich soll sagen habe ich mehrfach getan ja aber aber es kam bei dirk nicht an das weißt du doch das trinkt ja ganz genüsslich vor meinen augen wasser und ich habe ein leeres glas eiter hier stehe ich auch hier sind doch schon bei einer stunde lohnt doch gar nicht mehr ist schon total du siehst das aus die geordie laforge ist das der von star trek und wie heißt der von den von den specialisten cyclops und die x-men nein es gab doch die spezialisten siehst du wie heißt noch mal die frau die bei masters of the universe das mädchen courtney cox genau und da war sie halt auch noch teenie darstellerin oder auf jeden fall so anfang 20 oder sowas und da hat sie so eine serie gemacht der 18 spezialisten das waren alles so teenager die was konnten einer konnte schnell laufen andere hatte diese laser augen und sie konnte glaube ich teleportieren das war eine sehr sehr geile serie sicher ja also meinst du ob es geil war oder ob es stimmt beides es stimmt auf jeden fall und wie was heißt warum sollte es denn nicht stimmen ich habe das doch gesehen als kind da warst du noch wie heißt das quark im schaufenster da war ich schon schön bei oma am fernseher wo man hingehört guck mal oma die specialist sind wieder da mit courtney cox naja die namen konnte ich mir nicht merken ich habe vielleicht dann gesagt laser augenmann oder sowas ich habe ja immer ganz laser augenmann mit laser und augen okay es wird nicht besser also ja was 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 hast du denn abschließend zu sagen abschließend zu sagen ich habe letztens überlegt ob ich mir ich habe mich gefragt warum die leute nicht ganz bekloppt viel dosen fertig fraß holen machen sie auch dosen ananas der renner ach das war vorhin auch kein scherz ich habe es auf tagesschau die gläsen dosen ananas offensichtlich löst corona auch score boot aus nicht mehr score boot ja du alter seemann vitamin c ist auch gar nicht so gut wie man denkt ja alles mögliche und und wie heißt das beugt auch nicht irgendwelchen erkältung vorher ja das ist deswegen es ist viel zu kalt hier die heizungsbeauftragte kam gerade rein zieht sich jetzt ihre katzenpfoten über und schleicht dezent von hinnen du beschreibst hier ganz bizarre bilder ich weiß nicht ob das unsere zuhörer jetzt nein nein das stimmt das stimmt das stimmt schon alles so wie ich es gesagt habe die heizung wird angemacht und wir warme hände beim fortnight spielen haben ihr pros ja wo war ich denn gerade genau das habe ich halt gesehen in wittenberge kartoffeln ging und einfacher fertig fraß entweder ja diese einfachen fertig ganzen fertig gericht aber die ganz billigen die ungesunden hauptsache irgendwas fleisch und gesättigte fettsäuren irgendwas drin und gerne wo man also kennst du dich diese diese fünf minuten theorien heißes wasser bums die sind alt auch irgendwas weil 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 im wahnsinn wenn die zombies draußen rumlaufen hast du keine zeit zum kochen ja du brauchst halt heißes wasser irgendwas rein so ein bisschen wie unsere zombie folge aber irgendwie noch ein bisschen wahnsinniger glaubst du denn das bald sowas wie ein serum gegen mit dem stoff sowas wie wissenschaftlich ja ich kann ja ja schon also es ist wohl gar nicht so kompliziert ist der virologe in der charité hat ja das virus aufgedröselt die ganze ja das zulassen zu lassen das kann auch mal ein bisschen dauern weil man da rechtlich erst mal paar langjährige test brauche ich glaube dass nämlich langjährig aber das dauert ein bisschen dann wird der strang ja auch ein bisschen mutieren der ist ja jetzt wohl auch schon mutiert ja genau und dann vermutlich wird es so saisonal sein dass du dich halt wie eine grippe impfung das also das ist ja erkrankung ist ja kovid 19 und der virus ist kovid 2 ja ja und das also aktuelle ja und die sache ist halt also was hat was ja derzeit auch so gefährlich ist dass das krankenhaus personal nicht geimpft ist und das sind sie normalerweise bei grippe ja und und sich auch nicht schützen kann weil die ganze gerne ihre ganzen ausrüstchen wegkaufen ja und die sind ja so ein neuralgischer punkt dafür dass halt risikogruppen angegriffen werden von dem virus krankenhaus und pflegepersonal und also sobald das da ist es halt glaube ich echt nicht mehr so kritisch das ist halt wirklich ja saisonale grippe siehst du öfter leute in berlin hier mit masken rumrennen ich habe schon ein paar gesehen ja ich habe es einige als ich neulich ins bright side gefahren mit der bahn kam mir eine asiatische gruppe mit masken entgegen also vermutlich auch touristen und im lidl hatte ich einen gesehen aber der sah stark nach aluhut träger aus also es würde mich nicht überraschen wenn der tatsächlich immer die maske trägt okay so ein bisschen wie moris falls du den auch kennst ja hat er nicht ton gemacht damals bei ja bass hat er gemacht der wohnte mit daniel zusammen ach der ach so ach das waren auch ganz arme seele ja aber der war ja schon immer so ein verschwörungstheoretiker du hättig ich habe da was gehört in zwei wochen ich würde raten geh raus aus berlin stimmt da kommt was ganz großes das war das war ganz gut der hört bestimmt gerne xavier naidu ja aber das also wenn du ein bisschen den gehört hast der war halt ja auch ganz ganz doll getrieben das war das ist ja auch nicht nur von wegen ich versuche leute zu überzeugen weil das spaß macht sondern ich bin halt einfach echt kaputt also der der war auch immer erschöpft der hat auch immer so viel so viel müllinfo gesaugt der war halt immer erschöpft ja wenn du wenn du jeden tag denkst jetzt schlagen die rotschild und illuminaten zu ja und es gibt ja halt auch einfach immer die die passenden seiten wo du nichts neues sondern mehr als bestätigt wirst ich wusste es ich wusste es ja aber die seite heißt irgendwie rot für schild weltverschwörung de ja aber die reden genau wie ich sorry wer hat hier recht wenn ich ja ja gut hast du genau was ich eigentlich sagen wollte hast du denn irgendwie jetzt überlegt ich habe zu hause weil du vorhin gesagt das nehme ich ein paar nudeln mehr mit hast du denn jetzt mal so ausgerechnet wie lange aushält ich habe es nicht ausgerechnet aber ich glaube die zehn tage die das bundesamt für katastrophenschutz also empfiehlt solchenschutz dachte ich solchenschutz und das rober koch institut nicht 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 wegen corona sondern es gibt ja generell vom bundesamt wie ich glaube das katastrophenschutz eine empfehlung wie viele teile dass du so zehn tage dich selbst versorgen könntest aber jetzt bezüglich corona sagen sie ja drei wochen drei wochen solltest du es schaffen im leben nicht zehn tage würde ich glaube ich hinbekommen wenn ich leitungswasser habe ja also wenn sie mir das wasser abdrehen dann sie komme ich auf drei tage bis ich verdurstet bin das ist ja halt auch bei diesen bei diesen seuchenschutz empfehlungen also oder katastrophenschutz empfehlung ist das ja auf zehn tage aber mit eigenen gebunkerten frischwasser und da wird sie ja trotzdem auch nach drei tagen abkacken weil doch so kein frischwasser genau das ist das ist ja keine vorwand und die sachen sind ja alle so hab's da und wenn es knallt dann kannst du dir mit bauschaum die tür von innen zu machen so das ist ja die idee ja also viele viel von dem ist halt auch wenn es schneefall oder so gibt da kannst du es ja noch ein bisschen abfüllen wenn du die behältnisse zu hause hast selbst wenn dann das wasser ausfällt die leitungen durchfrieren oder was auch immer würdest du da hinkommen aber ja wenn es halt plötzlich ist wasser da wäre ich sehr schlecht aus ja wie sie gesagt haben die idee dahinter ist ja auch dass man halt irgendwie sowas wie elektrizitätswerke und wasserverkaufwerk und sowas kann man heutzutage wenn jemand will ja auch hacken das ist ja das geil der typ der muss jetzt nicht irgendwie weiß ich mit bombe irgendwo reinfahren sondern sitzt ganz gemütlich in brasilien am rechner und daddelt rum so und dann macht beziehungsweise gab es ja schon was war das irgendwelche krankenhäuser die gehackt wurden oder waren das nur irgendwelche daten von patienten also krankenhäuser haben notfalls einen notstromgenerator ja ja diesen stromunabhängig aber also haben ja viele so ein paar neas aufliegen den moppel anschmeißen ja aber also mit mit reis und was habe ich noch nicht gehört so linsen erbs kichererbs und sowas und nudeln habe ich auch immer relativ viel da auch weil ich jedes mal denke habe ich noch nudeln zu hause ich nehme an noch eine packung mit ja und werden die schlecht also ich habe noch nie eine packung geschlossene nudeln genommen und drauf geguckt und habe gedacht oh die kannst du nicht mehr nehmen weil hallo das sind furztrockene gepresste und so ein bisschen tiefkühlgemüse und gehackte tomaten aus der dose also tiefkühlgemüse hast du ja war nicht schlecht also ich komme schon irgendwie durch zehn tage gut essen sieht anders aus aber ich verreck nicht hast du hast du tiefkühler also also das ist ein tiefkühl und gefrierkombi kühlkombi also ein gefrier und kühlschrank ja ja wie viel schubladen hast du da im gefrierbereich zwei okay aber zwei große also das heißt schubladen also zwei fächer fächer also ich habe keine schubladen im gefrierfach sondern das gefrierfach ist einfach oben genau öffnen und zwei fächer wir haben ja so einen schönen großen also nicht ein monster aber so ein ich glaube 1 40 45 großen kühlschrank und der hat halt unten zwei große schubfächer und dann halt so ein schmales wurde halt dann irgendwie so eis kühldinger reinschmeißen kannst und da ist noch gar nichts drin und kühlschränke generell kühlen ja weniger beziehungsweise auch weniger angegeben wenn die voll sind ja also ich finde so tiefkühlgemüse kannst du ja auch immer mal da haben wenn halt irgendwie ja kannst du immer mal ne aber wenn du nicht einkaufen warst das ist ja auch tatsächlich relativ gesund genauso wie dosengemüse weil es halt schnell schockgefroren und halt sofort nach der ernte verpackt wird und das ist halt immer so wenn ich gar nichts eingekauft habe oder du kommst halt irgendwie spät von einem dreh oder irgendwas und dann halt noch kurz reis und ein bisschen gemüse zu machen dann hast du zumindest eine anständige mahlzeit erschreckend war ein test vergleichstest von den einfachen dosentomaten beispielsweise bei lidl oder sowas und die frischen tomaten die halt gerne mal von der ostsee also wenn du deutsche tomaten holst dass die so eine rotze sind diese frischen tomaten und diese dosendinger sind so krass vitamin und mineralienreich also da war so ein typ der hat hier beim rbb gequatscht er meinte halt auch brandenburger boden ist natrat verseucht ohne ende und da sollte man sich mal ganz groß distanziert wenn man sagt von oh hier frisch aus dem brandenburger raum ja und halt auch so der dosen mais ist gesünder als der maiskolben den du also ne ja 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 gut dann kauft bunkert euch ein hört ihr habt 116 folgen das jetzt glaube ich ich glaube ja wir sind jetzt zwei wochen voraus ne ja 116 folgen unterhaltung habt ihr um eure corona zeit zu überstehen ja das ist echt dann knallt sie durch und ansonsten wenn ihr mal was trauriges hören wollt zur hungersnot ich habe den podcast jetzt schon mehrfach empfohlen the anthropocene reviewed von john green und er redet über die über leningrad das im zweiten weltkrieg von der wehrmacht belagert wurde und die hatten da ein archiv an kartoffelsamen und reis und so zeug das die biologen halt konserviert haben um das bei hungersnöten anpflanzen zu können und während die stadt vor hunger krepiert ist haben die wissenschaftler das nicht gegessen aber tatsächlich ein weil das halt ihre wissenschaftliche aufgabe war das zu konservieren das archiv und tatsächlich wenn wenn es jetzt hungersnöte gibt und irgendwelche kartoffelsorten krepieren kommen noch samen aus der aus dem archiv zum einsatz oder familien also die haben obwohl sie selbst am verrecken waren retten die halt 60 70 80 jahre danach noch leben krass mit dem the anthropocene reviewed du musst einfach mal reinhören die folgen sind doch kurz das kann man mal ganz gut so weghören ja der kanal heißt so ja genau und das ist von wo findet man den ich höre es einfach bei apple podcasts aber das findest du sicher auch bei Spotify genau also the anthropocene reviewed und da bewertet john green der autor von the fault in our stars relativ bekannt das buch um junges mädchen das krebs hat ähm und er bewertet menschliche errungenschaften auf einer fünf sterne skala so soll es gemacht werden sehr amüsant ja also amüsant melancholisch emotional ich weiß nicht ob dieser ganze wahnsinn der gerade passiert und wenn man sich den noch ergibt ob man dann denkt hey jetzt ja okay das war für nüsse mit dirk und klaus äh ihr könnt uns natürlich weiterhin ganz viele informationen schicken für nüsse at gmail.com at findestupport auf twitter äh folgen hören lieben für nüsse mit dirk und klaus auf youtube oder allen podcast apps die nicht Spotify sind ja e-mail hast du schon gesagt ja hab ich schon gesagt ja ansonsten äh was kann man was fällt denn jetzt gerade was definitiv wieder hochkommt auf dem Aktienmarkt wo man sagt jetzt mal hier naja also ich meine wahrscheinlich kommt das alles wieder hoch also also meinst du jetzt wäre gut ne die Frage ist halt wo ist das Tal genau also also das ist halt das ist halt die Sache aber wenn zum Beispiel heißt das Juni oder sowas der hoch der der Höchststand von Corona sein wird wird da aber natürlich nicht mehr dieser diese Panik sein also ich würde sagen der der Tiefstand der des DAX oder sowas ist jetzt ist jetzt maximal dirk ist ja Aktienexperte ja maximal jetzt auch so zwei Wochen und dann danke Mick Knauf und dann geht es wieder ich sage es euch ich sage es euch dann haben sich alle dran gewöhnt du hast schon einberechnet dass die Folge jetzt erst in zwei Wochen rauskommt ja ja sehr wahrscheinlich ich bin schnell und dann heißt es Corona Halo the sky is not the limit ist lustig weil Corona Halo ist ein Begriff aus der Astronomie aber egal ja lustig ist dass ich gerade in einem in so einem Imbiss war der ist Harun bin ich einfach spontan reingegangen der war auf wie hieß die Straße die Bahnhofstraße zum Ostkreuz ja ich glaube da war ich auch schon mal ja es ist so ein arabischer Imbiss der halt auch sehr viele vegane Speisen hat und dann habe ich halt mir so einen geilen Teller bla und dann wollte ich mal gucken ob das eine Stadt ist oder irgendwas und dann habe ich das gegoogelt und dann stand Harun ist ein Name oder? genau Harun ist ein männlicher Name und das ist die arabische Variante zum hebräischen Aaron ah ich habe gesagt witzig ich kenne nämlich einen Harun deswegen kann das nicht überrascht wenn es was anderes wäre gut ne der erleuchtete deswegen musste ich jetzt auch gar nicht lange überlegen ich hatte das schon im Kopf natürlich mit den zwei Wochen Verzug Börse ja Bitcoin ich habe günstig was abzugeben meldet euch bei Klaus wie steht er da 5,5 hör mir auf wird jetzt wahrscheinlich unter 5 jetzt ja aber ist es besser oder schlechter als deine Aktie mit deinem Rocket Beans oder was ja genau Rocket Beans Aktie ich habe ich habe Klopapier Aktien gekauft Bitcoin ist jetzt bei oh nice doch hat sich bei 5,5 gerade eingependelt und deine Aktien was für weiß ich gar nicht ich habe es ja länger nicht drauf geschaut sollen wir vielleicht auch nicht drüber reden weil jetzt gehen wir durch die Decke ja lass es auch okay in diesem Sinne Corona Hallo ich habe es ja noch ich habe es ja noch ohne Historien euer ja noch ohne 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 ohno Untertitelung des ZDF, 2020